Und bei Kronos könnt ihr die Typen vor der Tür recht flankieren. Und bei Kronos könnt ihr die Typen vor der Tür nicht mehr sagen. Oh, die Kronos ist da. Ich glaube, ich kriege immer eine Medic an bei Kronos. Ah, da ist auch eine da. Max wird der nördliche Hälfte. Ja, hab ich. Warte, jetzt kommt wieder der Schwung. Max wird der nördliche Hälfte markiert auf der Map. Ich bin der nördliche Hälfte. Überm Balkon kommen viele Aufpassen, ich sag euch, wenn die CC fällt Verteidig, geh weiter unten Unten darfst du nicht reinkommen Unten wäre ein Medic Mal zu brauchen Wir müssen welche noch haben Jetzt kommen wir von allen Seiten Eine unserer Macs ist unten da, Medic Ich bin auf dem Weg Ich werde schon der Rest, danke Vorsicht, Cornelio wird reingeschossen Unten bricht Dann setze ich ihn biegen, macht euch bereit, biegen kommt Biegen steht Biegen steht Biegen ist sie Diefst Oh, Ed Concussion T-R command, see the left half of the squad, we're going to Havartek T-R command, see the left half of the squad The beacon is still there, I'm sure He's locked The roof is still open The beacon is still full in the north and south The beacon can't say Let's try it again He can push down, he can push down The beacon is still open, I think we're going to go down there I think we're going to go down there The beacon is still open The beacon is still open The beacon is still open Okay, very nice Keep going, keep going, keep going Good Huh I think I can do it I think we're going to continue to move on Next, unten im Norden ist fast dauernd. Wurzel, hapseln, weg. Kaukaschen. Können wir noch ein Spawn-Piegel? Doch, müsste noch stehen oder ist das nicht unsers? Mein Netz setzt sich gleich an, ich kann noch nicht, aber ich werde gleich ansetzen. Ja, ich noch da. Not least, gut, ist der Vergleich zu alguns. Tiefen weiß. Versuch, Krampf-Kreis, wer ne Mags? Ja, man mag es weiter hier. Ja, er magst jetzt auch vor der Guna. Leider sollte auf dem Dach aufpassen Im Süden kommen sie gleich über die Mauer Ich sehe es ja Nächste Heide in der nördlichen Hälfte Achtung übers Dach kommen jetzt Arpa Ich komme übers Biegen oder Sieger Mech ist unten CR-Command, der C-LF, wir gehen nach Gravel Pass, dann bekommen wir Brock Schaden und dann gehen wir in die Tourist-Sendland Ich habe ihn liegen, ich habe dich Tox ist für Tourist, auch mit 2 Squads von der Arzt-Station Da ist noch einer Dieser Mann ist aufgehauen Dach ist safe Dach ist wirklich gut Tox ist mit 3 Squads zu Tourist-Send Wir gehen nach Hayoko Wir kommen von Ladisort DMC Das ist auch Dach 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 Ich muss schon mal rein und dir ein bisschen aufzahlen. Go, Mumy! Ich setze das Neue. Leider soll es mit meinem Dach sein.